...seiner Prodigur, Mutter und Marian Müller vom Heftgut an Führung. Ich muss ein bisschen herrgern. Entschuldigung. Das ist mir die letzte, die ich gesehen habe. Wenn die Windgase, wenn ich die Wettel habe, dann bin ich in die Anstrengung, dann bin ich in der Schleppauerei. Immer pusten wir ins Gesicht. Das hat auch Spaß gemacht, aber fand das schon nicht geil. Das ist Spaß. Dann hat Tobi neben mir immer so hinter meinem Rücken immer noch extra angepustet. Du hast auch Erlaub. Das ist gut, ne? Das ist gut, ne? Und und Endnote für die 621, 7,8. Ich bin in der Schleppauerei. Das war's für mich. Vielen Dank.